Du, du nimmst ja immer das P-Ding, ja mach du mal. Immer mach ich das. Immer. Immer. Machen wir keinen Stern. Ach ja, du hast das Rennen verkackt. Ne, du. Du. Ich hatte die besten Pläne. Du hast ein A gedrückt, ja mach mal. Oh, hier gibt es einen Geheimausgang, das habe ich in einem Speedrun gesehen. Die Welt müssen wir neu starten. Lass dich töten. Ja, das nenne ich einen Satz. Hier gibt es einen Geheimausgang, das weiß ich. Habe ich in einem Speedrun übrigens gesehen. Hast du gerade schon gesagt, ja. Da ist er wieder. Die gleiche Welt. Holen wir uns. Nicht jetzt. Wir können einen Stern. Ah nein, wir kriegen ja den P-Pilster. Der ist ja scheiße, den will ja keiner mehr. Oh, ich bin tot. Macht nichts. Ich kann fliegen. So, ich musste ja auch nachdenken. Weil in jeder Welt sind sie besonders oft gescheitert. Aha. Das beruhigt mich. Na du. Stirb. So. Zwischendrin sollten wir noch gucken, bis die Ecke kommt, an die ich mich erinnere. Denn ich erinnere mich nicht, wo die Ecke war, an die ich mich erinnere. Aha. Geh doch in eine Blase. Ah. Da ist was für dich. Äh. Da. Ja erst das und dann den Pilz. Hä? Ja. Bist ein Pilzrassist. Ein Pilzrassist. Finde ich voll Pilzrassistisch von dir. Oh. Toll. Ich drück noch A, aber nein. Ich will das für dich um haben. Mach eine Stampfattacke. Ja. Mach. Das fällt nach unten. Oh. Schade, dass der dann weg geht. Echt schade und unverständlich. Ach ja. Jetzt. Ach ja. Du bist ja auch noch da. Hätte dich schon ganz vergessen. Bei diesen ganzen Tohofer-Bogen. Wo sind denn hier mal Münzen? Ah. Geheimnis. Ich will das übersehen. Mein Spinnensensor sagt mir. Das ist der nächste. Richtig. Dass du nur Scheiße gefunden hast. Und dafür auch noch dein Leben gegeben hast. Wer hat eigentlich 18 Leben mehr als du. Da. Rechts ist ein Geheimnis. Fast 19. Ups. Fast 20. Da geht's nicht rein. Aber da muss ja alles sein. Aber da ist kalt. Ach. Scheiße. Die Wandern. Ah. Ui. 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 Wieder groß für ein paar Sekunden. Für ein paar Sekunden ist sehr treffend gewählt. Hier ist auch nichts. Okay. Wir haben viel zu wenig gefunden bisher. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja. Wie schon. Oh. Da ist was. Ach. Glück gehabt. Ja. Ansonsten wäre es auch jetzt zu. Wo ich schon in der Röhre war. Äh. hier ist es auch noch nicht. Uh. Pizza. Ich mag das an der Wand festhalten. irgendwie. Das da? Na. Ja. Ja. Hey. Wir bringen dich mal in Sicherheit. Aber geh nicht zu weit weiter. Ist da unten ein Geheimgang? Nein. Voll schlimm. Ja. Ja. Dann haben wir ihn umgebracht. Dann lass da mal rechts überprüfen. Dann lass da mal rechts überprüfen. Das nix. Okay. Ist da einfach nix. Gehst du? Ja. Du gehst den komplizierten Weg. Ey! Bist du eigentlich ein Toastbrot? Bist du eigentlich ein Toastbrot? Ja, wenn du mich so fragst. Wenn du mich so fragst. Das funktioniert ja richtig gut. Ja, ja. Danke. Ja, kein Problem. Hol mich raus, hol mich raus. Dankeschön. Ich finde Mario voll süß, wenn er da an der Wand hängt. Voll süß. Oh, scheiße. Hä? Ja. Schiss. Geheimweg. Aber das war immer noch nicht der Geheimweg, den ich meinte. Als Geheimweg. Aber noch immer nicht geheim genug. Ach du scheiße. Da rechts ist der einzige Weg hoch, ne? Ne, hier. Ne, hier. Ne, hier. Jetzt, du flinkst mich gerade um. Du hast mich umgebracht. Nein, du hast mich umgebracht. Nein, du hast mich umgebracht. Nein, du hast mich umgebracht. Da links ging es weiter. Ich hätte nur wissen müssen, dass ich springen muss. Oh, wow. Ich wusste, dass ich springen muss und das ging nicht. Weil du mich zugelabert hast. Ach so. Meiner. Ich weiche noch extra aus. Toll, jetzt muss ich das hier ohne in der Hand. Ach, das ist doch unmöglich. So ist das Spiel unschaffbar. Man kriegt ja auch überhaupt keine tausend von den Dingern hier. Nein. Vorsicht. So. Ich bin ausgewichen, wenn du es gesehen hast. Oh, wow. Ne, das meinte ich nicht. Ach so, was denn? Bezüglich den. Es gibt ja überhaupt keine tausend. Ach so. So, hier war ja schon mal eine. Ich habe den Block zur Seite gestroben. Hast du gesehen? In meiner männlichen Männlichkeitskraft. Voll gut. In meiner männlichen Männlichkeit. Ich komme da eher. Verdammt. Da kannst du da unten hocken. In einer kleinen Luigi-Kammer. Nananananananananananananananananananana. Na, ich bin da auch hoch. Hier mach eine Blase. Nein. mach ne blase lieber so schwer da ohne die hinzukommen so und jetzt lass mich da rechts lang gehen nein lass mich da links na gut komme ich halt hinterher geheimnis ich glaube auch nicht fach 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 aha das rätsel gefällt mir ja richtig gut das musst du erst mal schaffen dass du genau in diese danke du bist so gut in diesem spiel ich sollte fliegen können und du weißt dass es stimmt das war jetzt deine eigene schuld nein toll ist der vollidiot damit die flieger am werk wir brauchen das ding doch gar nicht doch das ist voll wichtig es gibt mir ein gefühl von stärke und männlichkeit da wie soll ich da denn jetzt hochkommt das geht ja gar nicht mehr das geht ja gar nicht mehr das geht auch gar nicht mehr stirb für immer gut es ging doch hast du noch mal wie sollen wir hier weiterkommen das ist eine gute frage sprechen ja geil gemacht riku das geht gut gut sei dank bist du richtig gut ah ok verdammt nein wir brauchen die doch gar nicht das geht auch ohne ich verweigere das weiterspielen bis wir einen anzug haben wenn wir hier sind ich helfe dir mal bei deiner entscheidung gehst du weg von meiner fernbedienung wir brauchen den anzug nein wir schaffen das riku zu laberst dünn schiss jetzt zu zweit schaffen wir das nein jetzt kommen runter nein es geht nicht doch nein es geht nicht doch nein ich mach das jetzt so bis die zeit um ist ja toll oh es ist so sinnvoll oh ja ja da muss man irgendwie genau dann naja das geht nicht ach was echt dann probieren wir es hier links genau hat auch ausgeklappt ja solange du oben bist ist jeder erfolg ausgeschlossen stund aber es geht prinzipiell nein ach sag mal es ist doch nicht so schwer doch eigentlich schon lass mich das gleich mal machen dann zeig ich dir wie schwer das ist du springst nicht mal mit guck das habe ich besser hingekriegt es ist doch nicht so schwer ne ist es ja auch nicht wenigstens ist gleich die zeit um ja ist ja gut ja geht doch mann das hätten wir uns sparen können so unfähig das hätten wir uns sparen können so unfähig ja von dir du kannst nicht mal den a knopf drücken mann mann ja ja